Jetzt steht da bis jetzt jedes Mal, Peter, dass da well done steht, dass du überwusst, oder? So, was steht da? Command Block Jumps. Ja, und hat ja nicht funktioniert. Aha. Hey, das funktioniert wirklich nicht. Vielleicht haben wir, was, haben wir keine Ahnung. Wir haben Command Blocks an eigentlich, warte. Oder es gibt da, oder gibt es da einen Trick bei? Wir hatten doch soweit auch schon mal. Ah ja, bei anderen Maps hatten wir heute schon öfter. Okay. Ja, scheint ja richtig gut zu funktionieren und so. Der funktioniert hier auch nicht. Da, das wäre bestimmt mal eine lustige Challenge. Ah ja, die hier oben funktionieren. Echt jetzt? Okay. Ja. Aber die ganzen Druckplatten funktionieren nicht. Ja. Ja, das stimmt, die funktionieren. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ja, sollen wir die überspringen? Warte, ich habe gerade nochmal was umgestellt. Ich starte mal kurz den Server neu. Ah, okay. So, was ist aus, Peter? Ja, da machen wir hier ein, wobei, ne, das vergesse ich wahrscheinlich sowieso, aber egal. So, ja. Was vergisst du? Ihr wisst, das rauszuschneiden. Deswegen zeige ich euch jetzt hier, dass wir auf dem Hive-Server waren und auf dem Multicube-Server. Und auf dem Minecraft-Server, ja, 42.000. Ja, guck mal, das ist der Joint-Server. Guck mal, Logging in. So. Ja. So, Moment. Und, funktioniert das jetzt? Nein. Gut. Da darf ich für überspringen. Okay. Wo geht er noch weiter? Wo muss ich denn hin? Da oben? Hallo. Jetzt nicht weiter überspringen. Achso. Wieso kamen die mir entgegen? Weil wir auf die Knopf drücken müssen. So. Musst du nicht. Alter. Okay. Holy fuck, ist das weit. Alter. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Toll. Dann will ich mal einen Knopf. Das gibt's doch nicht. Du kannst abschminken, dass du da stehen bleibst, dass du dir bewusst bist, oder? Ja, tatsächlich, wenn das funktioniert. Die Frage ist, welcher soll dafür überhaupt funktionieren? Der hier. Gibt nach jeder Tür, gibt's einen Knopf. Ah, okay. Ja, dann drück doch mal drauf. Nee. Nee. Schön, bis hierhin kommen. Im Ernst. Ah, scheiße. Ja, komm, drück drauf, ich bin ja quasi da. Ja, wunderbar. Boah, halt, echt. Boah. Los, dich an, König. Warum auch, ist doch gut. Alles super. Langsam, warum? Ja, ich weiß, ich merke das schon. Aber reicht. Geht weiter, oder? Oh ja. Ach, das ist ja wohl ein Witz. Oh, da ist sie. Ja! Oh Gott sei Dank. Huh. Aber die ist ja lange offen. Aber hallo. Ach, geht doch, ey. Ah, das ist quasi der, das Geräusch. Deswegen gibt's hier keinen Exit-Knopf. Alle haben auch die Eier. Was ist denn das für eine Bullshit-Challenge hier, so generell? Ja, das stimmt, allerdings. Dann hab ich halt da hingesetzt. Setzt mal, darum warum. Also hier gibt es auch nichts. Das ist Command-Block. Ach ja, das, ach, das hier war das. Okay, alles klar. So, aber war das 18, war das, oder war das 19? Ich glaub, er war 19. Ich hab da nur eine Tür von da dran, Hardy. So. Dann brauchen wir jetzt 20. Was ist das hier? Challenge 16, ne? Die hatten wir ja schon. Die Command-Blocks, die funktionieren jetzt echt ein bisschen schade. Weiß nicht wieso. Wir sind auf jeden Fall an. Wo ist ja jetzt Challenge fucking 20? Mal erst mal gucken. Hier, was ist das denn hier? Gucken wir mal, was hier so steht. Challenge 6. Oh, das hatten wir ja schon. So. Dumm-Di-Dum. Können wir mal auch drin? Woher wissen wir eigentlich, wie viele Challenges es gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Na klar, wir müssen spätestens noch das mit den Diamanten machen. Challenge 13, okay. Haben wir das hier denn schon? Ach, das war der Sheet, okay. Waren wir hier drin? Challenge 4. Sehr gut. Alter, leckt mich doch am Anus. Oh ja, das hier waren wir auch drin. Okay, das große Gebäude ist auch hier. Ich benutze auch die Station und fahre mal da hin. Kann man da aussuchen, zu welcher Challenge man fährt? Nee. Kann man nicht. Kann man echt nicht. Da waren wir auch drin, ne? Ja, ja doch. Für the Beach. Komm mal. Ab zur Beach. Beach bin ich gerade auch. Aber hier ist keine Challenge. Was ist das hier? 10. Na wunderbar. 9. Hui, auf der Suche nach der Challenge. Er leckt mir am Arsch. Schuppidu. Schuppidu. War denn nochmal der Start? Das Suchen solltest du rausschneiden, Hadi. Das Suchen? Ja. Muss ich mir das, muss ich das gleich auf die Indie-Adventive in den Titel reinschreiben? Weil da passiert ja gar nichts, außer wir durch die Gegend fliegen und gucken, wie die nächste Challenge ist. Ja, das ist wahr. Ich sehe es aber auch direkt an der Kreuzung ist hier direkt 10 und nun ist die nächste Ecke schon 19. Aber hier ist keine 20. 19. Watch your step. Step. Watch your step. Watch your step, Junge. To the main station. Es gibt nur 19. Gibt es keine 20 mehr, oder was? Ich habe dem Buch gerade nachgeguckt. Müsst ihr zurück zum Start kommen. Kommt mal zu mir. Okay. Okay. Also es gibt noch die Final Challenge, aber die müssen wir erst halt freischalten, indem wir nur Diamantenblöcke machen. Okay. Ich kann zwei machen mit meinen Diamanten und habe noch vier übrig dann. So, ich bin noch ein Ding. Ja, super. Ich kann nur genau einen machen. Ja, ich gebe dir meine restlichen vier von mir. Hinter dir sind noch Brammens. Okay, dann mache ich noch. Musst du mitnehmen, die von Bram, bevor die die spawnen. Ja. Na, wie viel hat Bram denn noch? Na, reicht leider nicht. Zwei Stück kann ich machen. Kannst du nur zwei Stück machen? Ja. So, ich habe nur eine in der Hand. Zwei. Achso, ja, dann ist das super. Ja, ist doch perfekt. So, und jetzt? Wo ist jetzt die Final Challenge? Ja, eigentlich hier. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Alles klar, go. Okay. Oh Gott. So. Hey, the last look at the city. Go for the final challenge. Ja. Und wo kann ich jetzt einen Last Look haben? Alter. What the fuck ist jetzt hier los? Boah, ohne Scheiß ey. What the fuck einfach. Ja, Final Challenge. Peter hat die Karte neu geladen. Und wir gucken uns den Schmunk jetzt hier mal an. Ja, Final Challenge. Auf jeden Fall mega schwierig hier. Sieht man schon. Ja, ne? Merkst du schon, ne? Boah, ein bisschen runtergefallen. Oh, ich auch. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Ja, weil sie mich auch runtergefallen. Lol. Final Challenge. Das hier ist so basic. Ja, wobei da kommt zwischen, da kommt ein Vierer Sprung. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Boah, ist echt voll basic, Alter. Basic Instinct. Voll geil. Lol. Wo du, wo du, wo du zwischen die Beine gucken kannst. Oh, ja. Hm. Catherine Sita-Jones-Mushy. Das war die doch gar nicht. War die halt nicht? Ne. Das war nicht Catherine Sita. Der Film war mit Michael Douglas, ja, aber nicht noch mit ihr. Wie hieß denn die, die da... Ja, das überlege ich auch gerade. Ja, ich auch. Kim Basinger war das. Ja, genau. Ne, beide falsch. Sharon Stone. Ah, ja, genau. Was? Echt jetzt? Ja, hab ich gerade bei Wikipedia nachgeguckt. Das war nicht Kim Basinger? Nein, Mann, das war Sharon Stone. Ah, okay, das kann natürlich... Sharon Stone? Okay, abgefahren. Ich hätte jetzt mich sicher, dass das Kim Basinger... Nein, ich bin mir jetzt echt total sicher, dass das jetzt Kim Basinger war. Ja, wirklich. Also ich komme da bei Wikipedia raus, dann warte. Ne, das kann nicht stimmen. Peter sagt das nochmal, ja, okay, dann ist das richtig. Ja, ist halt Wikipedia, weißt du so. Oder... Das stimmt ja auch nicht mal alles. Ja. Das stimmt das schon, aber... Gerade bei solchen Artikeln vertraue ich der Wiki dann doch ziemlich. Außerdem hat die mehr Richtigkeit als die Enzirkulopädie der Britannia. Also... Jetzt werden wir aber echt mit seinen Vierersprüngen hier hart auf die Nüsse gehen, ohne Witz. Ja, du weißt noch gar nicht, was das heißt, hart auf die Nüsse gehen. Klar, das macht dann immer lieber... Ja, wobei, ich glaube, es ist nur ein sehr kleines Dorf. Boah, nee, kommt der jetzt schon wieder mit Diamanten sammeln an? Ja, ich glaube, das sind hier so Best-Offs, weißt du, das sind hier so kleine Mini-Best-Offs von jeder Einzelnen. Boah, können wir das bitte überspringen? Oder brauchen wir die Diamanten unbedingt? Nein, ich glaube nicht, dass das so lange dauert. Okay. Eins. Komm, Hadi, jetzt gib mal Gas. Ja, ich bin doch noch gar nicht da. Ja, fang schon mal an zu suchen. Derzeit, wo ich das hier machen muss. Da muss man suchen, Red Storm Activator. Ah, stand da. Das heißt, hier war ein Schalter. Boah, das kann nicht wahr sein. Ja, da hat er das für die Piss-Challenge, da kannst du es messieren. Ja, ich versuche das. Haben wir dir auch einen Schalter? Nein. Doch. Ich habe jetzt gesehen, durch Fenster. So, jetzt aber. Müsst du doch eigentlich auch von hier aus da hinkommen, oder? Hast du das gehört? Nein. Peter, wo bist du? Warte hin. Das kann nicht! Komm mal hier hin. Stell dich mal hier hin und schick auf den. Tür ist schon offen. Alles cool. Ah, alles cool. Ah, gut. Dann warten wir kurz auf Hadi. Hadi verkackst du jetzt einen Billigsprung hier, oder? Hey, what the fuck is that? Mami. Sorry. Also, ich höre da nur, dass du richtig scheiße bist. Ja, das kann sein. Das ist ein einziger Sprung, der ein bisschen, ein bisschen tricky ist. Das kann nicht sein. Ja, und zwar genau nicht der, den er gerade gemacht hat. Nee. Komm mal, ihr macht jetzt elf Minuten nur noch, ja? Der Sprung hier, der ist voll assi. Da komme ich nicht drauf! Der ist mega assi. Boah, ich höre mich bei irgendjemandem von euch. Ernst? Ja. Ich war das zweite Mal jetzt. Na, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, aber die Zuschauer finden das scheiße. Ja, ist das so? Ja, auch wenn ich das persönlich nicht mehr... Ja. Boah, jetzt sprintet der nicht. Ich weiß nicht, wofür drück ich denn extra auf die Taste. Ey, da musst du auch treffen. Ja. Ey, ich bin schon gesprungen, du Arschloch. Ja, okay.